Musik Wenn er gute Sachen hat, freu ich mich. Nee, glaub ich nicht. Der hat gar nichts. Ja, das hatten wir auch vorletztens. Guck mal, wir hatten ja den einen Zombie von... Also, der eine Typ ist hier gekommen, hat ja alle Sachen aufgesammelt, die wir gelootet hätten können, ne? Dann haben wir ihn gekillt und er hat nichts gedroppt. Lol. Deswegen hatte ich ja gesagt, plötzlich sind ja alle Sachen weg, ne? Das habt ihr in der Aufnahme gesehen. Das meine ich. Was? Obsidian. Lol. Da guckt er jetzt so eine geile Rüstung an. Pack doch mal, how do you get Obsidian? Weck, weck. Wir können das kaufen. Egal, komm. Komm raus. Ach so raus. Was wollte ich sagen? Genau, weil wir hatten ja die beiden Spiele getötet, ne? Da lag da ja richtig viel rum, ne? Und dann, äh, wollten wir es gerade machen, da ist jemand gekommen, hat alles aufgesammelt, haben wir den getötet und hat den nichts gedroppt. Deswegen waren auch alle Sachen plötzlich weg. Deswegen waren auch deine Federfallschuhe und so weg. Die wurden nicht zerstört. Die lagen da auch. Dann hat der Spiele das aber aufgesammelt, wir haben den Spiele getötet und er hat nichts gedroppt. Gar nichts. Nein. Ja, ich verstehe das auch nicht. Ich habe eine Aufnahme gesehen. Die Folge kommt zwar erst richtig spät raus, aber wohl nie. Ich glaube, die ist schon raus. Die ist schon raus. Doch. Nein. Die, wo wir in Romero waren und da uns gedächelt haben. Die kommt erst voll spät, stimmt. Ja, ja. Das ist einer der letzten Folgen. Ja, stimmt. Ich gehe mal kurz zum Wasserflöten. Also wir gegenleiche auf jeden Fall, ähm, auf den, ähm, Server, wo man Spiele angreifen kann. Äh, aber nicht auf Public, oder? Nein. Auf dem vollsten Private-Server. Wenn wir in der Fire sind oder später? Äh, ne, wir gehen jetzt erst mal so minus, äh, wir können ja mal Stonehenge einfach gehen. Vielleicht finden wir da einen alten Chat und da loggen wir uns um. Gut, weil ich kann ihn ja loggen. Yay. 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 Wäre doof, das zu machen. Warum? Weil Afaya 2700 ist und wir fürs Stonehenge, ähm, x- laufen müssen. Lol. Warte mal, es gibt hier noch so... Warte, 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 warte. Ich will mal kurz die Mindset Map öffnen. Es gibt so einen komischen Art. Der heißt irgendwie Scenes oder so. da gibt's, ähm, Essen. Irgendwie finde ich das gar nicht schlimm auf kleinem L zu spielen. Ich finde es schlimm. Vor allem in der Aufnahme, ist das noch keine Ahnung, 360p. Okay, 480p oder so. Möchte ich ja nicht. Ja. Ich habe mich jetzt dran gewöhnt. Okay, 2600 und, äh, 160 müssen wir gehen. Ich bin weg, ich bin weg. Das ist nichts bestimmt auch nicht so. Hinterm Baum. Hinter welchen Baum? Wer hat der denn hier? Ah! Der X-Ray. Jetzt hat mir mein Radar, mein X-Ray und alles gesagt. Warte, ich hab kein Weg. Nein, wir gehen nach Scenes. Ich hab keine Weg. 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 Ja, ich hab keine Weg. Ja, ich hab keine Weg. Ich hab keine Weg. Ist deine Race Mini-Map weg, oder wie? Ja, hab ich die nicht mehr draufgekommen. Ach, verdammt. Jetzt müssen wir so schwimmen. Richtig schwimmen, mein ich. Äh. Ja, warum kann man das denn nicht mehr? Das ist doch voll... Weil man damit voll cheaten konnte. Alt, 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 alt. Alt, 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 alt. Damit konnte man eigentlich wirklich richtig cheaten. Ich mein, man konnte mitten im Sprung ein Standbild machen. Man konnte dann die ganze Zeit in der Luft hängen, falls das geht. Ich hab' nicht. Ich bin für gerade voll aus der Fertigke. Erdbeer Eis. Ich bin, ich bin, ich bin. Erdbeer Eis. Erdbeer Eis. Erdbeer Eis. Schmeckt der Pizmi Burger? Ja, der schmeckt ganz gut. Ja, am Anfang fand ich ihn besser, aber die Soße, finde ich ist ein bisschen so. Aber ich würde es halt ein bisschen weniger Soße drauf machen, weil dann wird man den Bacon mehr schmecken. Aber das haben wir schon wieder den Pizmi Burger im letzten Jahr gesprochen. Ja. Okay, ist auch schon lustig, dass sowas gibt, so Pizmi Burger. Wart mal auf mich. Wie ist eigentlich Pizmi erfolgreich geworden? Sind die über Minecraft erfolgreich geworden? Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube schon. Okay, die haben jetzt auch viele andere Sachen let's playt. Ja, ja, deswegen. Und ich meine, durch Minecraft sind die auch berühmtär geworden. Nicht ultra berühmt nur durch Minecraft, aber berühmtär. Weil ich hab die abonniert wegen der Minecraft Adventure Maps. Ja, ich würde sagen, Adventure Maps ist auch eins der meistgeguckten Projekte. Ja, ich fände das voll cool, wenn die auch mal mein Set aufnehmen. Weil die nehmen Dayset auf. Ich bin Minecraft. Mach mich grad schneller als du. So, la, Cheater. Leute, verdammt, ich hab gerade gemerkt, ich hätte die Zombies einfach schlagen können, weil, ähm, es ist ja EP wie E, ich kann dich ja gar nicht schlagen. Weil jetzt gehen wir auf, äh, nee, auf den anderen Planet. Oh, Land. Ich würde sagen, wir loggen uns ins Ziels um. Wo ist das? Da direkt schon. Okay, wir müssen noch 500 Blöcke laufen, wenn wir auf Land sind, denke ich. Das ist ein Berg. Nein. Ich stehe nämlich grad nicht von meinem Weg generiert. Generiere dich Welt. Das ist gut für Essen, das weiß ich. I know it. Sind wir grad auf den Sun-Groos-Lag? Oh, wir sind auf den Sun-Groos-Lag-Anseld. Juhu. Das heißt, wir müssen noch voll, Alter, wir müssen noch nicht lang schwimmen. Also müssen wir nicht noch 500 Meter laufen. 500 Meter schwimmen, ungefähr. Juhu. Wie sind die bisher geschwommen? Äh, 600. Ja, das ist doch einfach, ey. Ich war gar nicht mal so lange. Also ich glaub, ne, 400 Meter oder so. Ich weiß nicht genau. Okay, das ist irgendwie 200 erwartet. Das ist geil, ich bin im Schiff klein mit und deswegen sehe ich den, ah, sehe ich genau die Koordinaten von Ziels und bei mir in der Mainz hat man. Kannst du auch währenddessen irgendwelche Videos gucken, wir einfach nur an den Kanzel. Doch, kannst du. Ja, aber auch. Wenn ich Minecraft klein mache, also ich schieße da klein mache, nimmt er dann immer noch auf? Nein. Ich könnte ja so nicht machen, weil ich da nicht nach vorne gehen könnte, aber trotzdem. Ich würde ja so nicht machen, dass ich das nicht mache. es macht kein Spaß die Wischen im Festland und müssten gleich da sein noch 300 Blöcke dann ist sie ins so dann sind wir da ist auf das Land alter Kupar doch voll wenig sie jetzt noch den Berg und die Zerse die Welt blocken aber auch mal das sagt ja wir sind jetzt in diesem Jahr das auch gleich ist das auch feiern wir haben also jetzt sind wir da jetzt sind wir aber trotzdem Flasche trinken Jee Alter mein Eisenschwert hat noch 23 du Baili Tee ich hab irgendwie immer wieder Eisenschwertmangel ich versteh das nicht ich bin schneller als du hee 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 Loto Tickman ja wo ist das jetzt koordinatenmäßig um zettelst folgen das ist falsch ja in der Köln hat er setzt Konrad 60 und ex 200 600 er hat was so ein bisschen müssen nehmen müssen wir gar nicht für keine einfach umgeht der schwimmst wir sind da aber ich war doch voll das kleine Dorf hatte da war ich schon mal mit der Wand jetzt siebt oder so mit Louis und Christian das war voll das ein Dorf hat er überhaupt keine Kiste gesehen das sind die fünf Kisten oder so Köln kann auch einmal wird es gibt waren die sich die Kiste genommen hat ja es ist auch ein kleines Dorf fünf Kisten drei Häuser ne dann wohl drei Kisten ne ich merke vier keine Ahnung keine Kiste keine fünf Häuser aber Kiste aber schlechte Melone unterbrochen das war ein Fleisch okay und noch nie will ich will ich will ich will ich will ich reichlich so gut was war drin ein Apfel zu haben wir uns hier um ich bin ich noch mehr warte wenn man mit mir ich weiß in jedem ausdrücken vielleicht noch die Aufnahme aufmachen oder auch mehr aber was man hat einfach gehört hat die die 3 das ist so drin war es kurz auf mich die Kiste wird alle weg ich bin jetzt immer nicht über PDI ah da ist schwer haupt als erster ein Tag hinter dir als ich auf vier halb Herzen ich habe es ohne Witz weiß ich gar nicht mit rosen und rosen hier liegt vor dir als ich gemacht hier zu mir geht es um mich locker platt gemacht machen die Märkte über Fünfer jetzt einen Schaden Alter ist der Scheiße man weil ich es lohnt es schadet doch richtig ja aber das ist halt immer noch das ist wenn sich äh wenn da jemand im Umkreis von dir ist der sich also wenn du dich einlöchst und in der Nähe ist jemand Juker dreimal warte funktioniert jetzt wieder steht Juker dreimal soviel XP für Planion ja bei dir jetzt auch hier steht er bei mir steht du startet zum Register steht das bei dir auch du gehst da ist die Geschichte gekommen ach so warte dann mach ich das kurz und dann habe ich die Aufnahme mit keinem E-Mail-Adresse sieht das sind wir wieder also die Standart nix also könnte ich mein Zombie-Kirche und gucken ob da was kommt warum schützt jetzt auf die andere Seite wieder müssen wir wir wollen ja auch feiern Minus für sich das Wort da ist noch ein bisschen Luten Herrgern ist so noch scheiße aber es ist eh diese Richtung geplant hat wir können auch einmal durchschnittlich aber er sei es halt zwei Uhr aus das Bild war Gucken ob ich jetzt wieder Zombie-Kids kriege wäre scheiße wenn man sich jetzt morgen wieder einmelden muss wäre scheiße wenn man überhaupt keine Zombie-Kids bekommt Ey und das wäre voll scheiße weil dann habe ich vorhin die ganzen XP für 100 Zombie-Kids das ja nicht bekommen weil ich mich nicht eingeloggt hab ich habe hier noch ich hoffe es ist überhaupt eine Kiste gespawnt äh ja hier eine Ah hier auch Was drin? Was drin? Was drin? Weed Liegt hier Oh ein Schalke Glaub nicht Aber in der Fire ist einer. Ne hier ist keiner Nein glaub nicht Ja nicht Wo ist der Fire? Ja 2.700 und äh minus äh 500 Okay geh ich grad hin Alter hab ich mich erschrocken auf einmal dann Volleisen Was wo? Ah da da vorne der der Volleisen da Was war? Weed Äh Und Nein What